Der Gambio Treuebonus ist das Tool zur Kundenbindung. Er kümmert sich automatisch um Bonusgutschriften auf Kundenguthaben-Konten gemäß ihren Einstellungen und verschickt E-Mails wie Dein Treuebonus ist jetzt verfügbar oder Du hast noch Guthaben bei uns, schau doch mal wieder rein, damit die Kunden auch wirklich wiederkehren und nochmal bestellen. Und damit das Ganze auch wirklich automatisch funktioniert, richten wir einen Kronjob ein. Dafür brauchen wir zunächst eine URL. Die finden wir im Gambio Admin unter Treuebonus. Hier ganz unten auf der Seite, denn wir brauchen sie nicht allzu oft. Diese URL kopieren wir und wechseln ins Surfer-Administrationstool ihres Providers. In diesem Video geht es um Plesk, wie es zum Beispiel bei Estugo im Einsatz ist. Hier suchen wir den Punkt Geplante Aufgaben. Er ist üblicherweise hier rechts hinter einem Aufklappmenü versteckt. Je nach Plesk-Version und Berechtigungen, die zur Verfügung stehen. Bei Ihnen sind da hoffentlich schon geplante Aufgaben eingetragen, wie zum Beispiel der Gambio Standard-Kronjob. Wie ich es in diesem Video gezeigt hatte, falls nicht, unbedingt nach diesem Video jetzt mal reinschauen. Aufgabe hinzufügen. Wir wollen keinen Befehl ausführen in diesem Fall, sondern eine URL abrufen. Hier fügen wir in das Eingabefeld die kopierte URL aus dem Gambio Admin-Menü ein. Tägliche Ausführung sollte eigentlich reichen, aber das Skript stresst den Surfer nicht allzu sehr. Deshalb machen wir es ruhig stündlich und zwar nicht zur vollen Stunde, weil da wird jeder Grundjob ausgeführt. Wir machen irgendwas wie 23, egal. Die Beschreibung dient nur der Wiedererkennung, also tragen wir was ein, womit wir nachher noch wissen, was wir uns dabei gedacht haben. Zum Beispiel Gambio Treuebonus. Benachrichtigungen entscheiden Sie selbst. Normalerweise brauchen wir keine, aber es spricht natürlich nichts dagegen, sich zumindest im Fehlerfall per E-Mail benachrichtigen lassen. Okay. Zum Anlegen des Grundjobs und dann am besten gleich mal ausführen und anschließend im Gambio Admin darauf achten, dass unten rechts neben der Grundjob URL der Bereich nicht mehr rot hinterlegt ist, sondern grün und darin Datum und Uhrzeit der letzten Ausführung, also ziemlich genau jetzt zu finden sind. Somit kümmert sich der Grundjob ab sofort automatisch um Bonusgutschriften und den E-Mail-Versand, um Ihre Kunden zur erneuten Bestellung im Shop zu animieren.